Hallo, ich bin der Ludwig vom Team Ferkinghoff und ich habe hier unser erstes Paket von unserem Adventsgewinnspiel. Wir werden jede Woche am Freitag ein neues Paket vorstellen und ihr habt dann bis zum Montag über das ganze lange Wochenende Zeit mit zu raten, was denn da drin sein könnte. Der oder die glückliche Gewinnerin wird dann am Dienstag in einem Video benachrichtigt und ja, viel Spaß beim Mitraten und viel Glück!